Warte, wir weilen uns, sonst sind wir eh schon zu spät. Hey, nicht rennen! Los, ihr kommt jetzt mit. Wohin denn? Hey! Äh, hier, der hat mal wieder was verkippt. Sie sollen das aufwischen. Wir müssen sie aufwischen. Mach das selber. Okay, Flo, wo ist er hin? Was? Komm mal rein, hier ist niemand mehr. Ach, ich dachte, der schläft, aber hä? Warte mal, hier ist ein Schalter. Ist irgendwas aufgegangen? Hä? Oh, warte, guck mal, hier hinten. Da ist jemand. Okay, ist der da hinten hingegangen? Was macht der da? Was macht der da? Komm her. Wer ist das? Hey, er ist weg. Er ist weg? Ja, ich habe einen Apfel gegessen. Hä? Wenn du es bist, dann kommen die 30 Minuten in eine andere Welt. Okay, komm. Wo sind wir? Wo sind wir hier? Warte, was ist das? Oh mein Gott, hinter uns, Flo, hinter uns. Ah! Okay, also, alles gut. Der Dino war friedlich. Was machen wir jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen irgendwie den Hausmeister finden, oder? Ich meine... Warte, ich gucke mal, was hier in der Kiste ist. Oh, warte, da sind meine Katzen drin. Ich glaube, wir können einfach die Strecke runterfahren, oder? Warte, ich fahre dir hinterher. Bist du schon los? Nee, ist noch ein Dino. Ja, scheint überall zu sehen. In der Kuppel ist auch einer gewesen. Der läuft da rum. Achso, den meinst du? Okay. Okay, ähm... Hier geht es nicht weiter, dann... Also, ich glaube, wenn, dann ist was in der Kuppel, oder? Oh, warte, da ist jemand. Lass uns schnell das Heißen gehen. Oh nein. Okay. Äh, hier ist keiner dran, zum Glück. Warte, hey, ist das? Hast du den schon mal gesehen? Da, Schmeister. Oh, da. Na, wie sieht's aus? Alles gut. Die ganze Kuppel endlich fertig. Ja, ich muss das schneller machen. Ich möchte die Dinos so schnell wie es geht auf die Welt loslassen. Ja, ja. Das haben die dafür, mich auszulachen. Damals, immer, wurde ich angespuckt. Die Rache wird mein sein. Jetzt wird der Hausmeister endlich mal den Dreck machen. Ja, du musst alles vorbereiten, damit es bald funktioniert. Und dann, ja, also, ja, ich liebe diese Dinos. Die werden so viel Zerstörung anzettelt. Okay, das ist kein gutes Zeichen. Du musst mir einen Gefeind tun, mach ich so aggressiv wie möglich. Okay, aggressiven Level auf 100. Okay. Okay, ich muss wieder zurückgeben, sonst schöpfen sie Verdacht. Meinst du, wir können einfach in die Kuppel rein, ohne dass uns jemand sieht? Äh. Ich meine, der ist da gerade den Weg lang gelaufen. Also, wenn, dann jetzt, oder? Wir haben ja auch nur eine halbe Stunde, meinte die. Wirklich? Ja, ja. Warte. Okay. Und was machen wir hier? Hoch, hoch, hoch. Aber warte, ich glaube, nee, komm, lass uns hier lang gehen. Ich glaube, hier ist so eine Art Gang. Flo, wo bist du? Ja. Okay. Ist nur eine Ahnung, vielleicht verlaufe ich mich. Ich bin Orientierungskünstler, wie du vielleicht weißt. Aber das sieht aus wie ein Rügel. Hier sind überall Dinos, guck mal. Ey, das ist ein Stegosaurus. Hm. Oh, guck mal, das sind sogar Babys. Oh! Oh, das Baby ist süß. Ey, pass auf, der ist direkt hier. Oh mein Gott, okay, ja. So aggressiv wie möglich, ne? Das ist meistens eher kein gutes Zeichen. Okay, ich glaube, warte, wenn wir hier lang... Oh, Flo, warte, siehst du das? Ich glaube, es ist eine Kommandozentrale. Ich glaube auch. Ähm, okay, äh, was machen wir jetzt? Wir haben nicht so viel Zeit. Hier ist eine Dinospritze. Was ist denn eine Dinospritze? Guck. Oh Gott. Ähm, oh, warte, hier ist ein Selbstzerstörungsknopf. Können wir den einfach... Warte, was ist das hier? Ich weiß es nicht. Warte, oh. Äh. Siehst du das? Ja, das ist irgendwie Forschung. Ich meine, wir müssen es halt... Ich meine, okay, wir können entweder alle Sachen klauen und mitnehmen. Aber ich weiß halt nicht, wie sicher das ist. Oder wir drücken den Knopf und springen aus der Luke raus und hoffen aufs Beste. Äh, lass doch einfach falsch machen. Okay, gut, dann nehmen wir den Stuff mit. Aber du hast schon alles? Ja. Okay, du bist schon raus? Oh mein Gott, komm, bis hin. Ich hoffe, das hat Delay. Ich weiß nicht, wir rennen jetzt einfach. Ich habe jetzt gedrückt. Okay, 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 okay. Rein, rein, rein. Äh, oh Gott, es explodiert. Oh Gott, es explodiert. Ähm, okay. Okay, gut, dann hoff ich mal, warte, wir können jetzt hier irgendwo raus. Ich hoffe, der blöde Hausmeister ist nicht da. Wir sind halt diese halbe Stunde in der Welt, also werden wir wahrscheinlich irgendwann einfach weg. Ich dachte, wir warten durch heute. Oh, okay, äh, jetzt sind wir wieder zurück. Oh, warte, hi. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr aus der Welt hier rauskommt. Okay, okay. Weil der Hausmeister nämlich ganz böse. Äh, okay, und wir sind ja, also wieso kommen wir normalerweise beim Baum raus, oder wie? Ja, weil dort steht der Hausmeister und der darf nicht wissen, dass hier in der Welt war. Okay, okay. Ja, hier hat er. Ah, okay. Ah, okay. Wenn wir das hier mal rot leuchten, ist der Hausmeister in der neuen Welt. Okay. Wenn das rot leuchtet. Okay, und wenn, okay, also dann ist der andere in der anderen Welt der Hausmeister. Und dann? Ja. Also, was bringt uns das, wenn wir den aufhalten, oder wie? Ganz böse, du dürftest dich nicht von dem geschnappen lassen. Oh, okay, oh, okay, okay. Wenn du herausfindet, dass ihr irgendwas in der Welt getan habt, dann will ich mich umbringen. Oh, okay, das ist immer schön zu finden. Tö, nice. Nice. Alles klar, dann behalte ich den Kompass, oder das Tracking-Tool, oder was auch immer. Und, okay, war es das, wenn wir wieder, also, können wir wieder gehen, oder? Ja, das war es. Hey, wer bist du überhaupt? War das die Dings, die, oder hat die Namen? Hast du einen Namen? Ich bin die Fee. Oh, okay. Alles klar. Alles klar. Gut, dann, äh, schätze ich mal, wir gehen einfach wieder. Freut sich der Lehrer bestimmt auch, wenn wir gefühlt zehn Jahre unterwegs waren. Jo, wir gehen dann mal kurz, ähm, Hausmeister holen. Okay, ähm, sagen wir einfach, haben die nicht finden können, oder? Was ist der Plan? Ja, irgend sowas, oder? Ja, okay. Ist das eigentlich, hast du eine Uhr? Nö. Nee, nee, wir sollten zum Hausmeister, glaube ich, zum Aufwischen. Oder? Ich habe hier irgendwo eine Uhr, oder? Ist hier eine Uhr? Ich meine, ich war schon gut zu wissen, wie spät wir jetzt dran sind. Oh, äh. Ja? Echt? Hä? Es sind, wir haben fünf nach erst. Oh, echt? Äh, ja, guck, Skr, die Kuh ist noch, okay, weißt du was? Okay, da. Ja, wenn die Kuh noch da ist, dann. Allst du anscheinend? Also läuft die Welt einfach zeitlich anders, oder? Okay, okay. Gut, dann. Warte, das soll ich jetzt suchen, direkt suchen wir, oder? Ah, du Vollidiot. Äh. Ja, aber was? Okay. Vergläberige Typ. Komm mit, sofort. Ja, gut, dann, äh. Ich bin live. Würde ich sagen. Gut. Lass uns einfach nach Hause gehen, Flo. Ich glaube, der Tag heute wird nichts mehr. Versuch uns morgen wieder. Ey, die Schule scheint sehr viel Versprechendes an. Ja, super. Na ja, ich meine, kurzer Tag nach den Ferien. Gibt Schlimmeres. Okay, gut, dann, äh, wohin musst du? Äh, ich irgendwo. Lass uns mal zum Ausgang gehen. Okay, ja. Na ja. Äh, herrfühl dich irgendwie, also. Der Hausmeister. Der Hausmeister. Hä, oder, oder, warte mal. Oh, ich glaubst du, wir haben uns nur geträumt. Ja, aber, also, du erinnerst dich auch dran, oder? Okay, an was erinnerst du dich? Äh, an den Dino und an, äh, die Explosion und der Hausmeister und, ja. Und der Typ, der, äh, den sich die Hose gemacht hat. Ja. Okay, gut. Ich glaub nicht, dass wir das geträumt haben. Oder was meinst du? Ich mein, ich hab ja auch den Kompass gekriegt. Ich mein, ich bin ja eingeschlafen im Matheunterricht. Also, von daher. Oh, ja, stimmt, du bist eingeschlafen. Ja, gut, dann, äh, sehen wir uns morgen. Macht's gut. Äh, ciao. Ciao. So, das war's mit dieser Folge Minecraft Traum. Falls es euch gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr's noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Was denkt ihr, was in der nächsten Folge passiert? Schreibt's in die Kommentare. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.